Hallo meine lieben Steinböcke, diese Botschaft ist für euch. Die ist zeitunabhängig, das heißt, selbst wenn du dieses Video Monate später schaust, dann wurdest du von dieser Energie angezogen. Ich bin Xilin, das Funky Russian Girl. Wenn dir meine Arbeit gefällt, abonniere gerne diesen Channel, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviere die Benachrichtigung, damit du nichts verpasst. Like dieses Video, kommentiere dieses Video, folge mir gerne auf Instagram, Funky Russian Girl, da findest du nicht nur die tiefgründigen, sondern auch die witzigen Inhalte. Und, wenn du mich gerne mit einer Spende, deiner Wahl unterstützen möchtest, den Link zum Paypal findest du unten in der Beschreibung. Okay, meine lieben Steinböcke, was geht bei euch gerade im Leben ab? Stress. Warum? Warum Stress? Aber, wie ich das sehe, meistert ihr diesen Stress wie ein Magier. Ihr entkommt diesem Stress. Denn, ihr wisst, wir haben Stress, the Magician, und wir haben the Sage. So, das ist quasi das Thema. Das ist was im Bewussten, im Licht quasi ist. Und das ist der Schattenanteil. Das heißt, in dieser Stresssituation lernt ihr gerade, mit dem Leben zu spielen. Und in dieser Stresssituation lernt ihr gerade, auch euch zu bereinigen. Das heißt, vielleicht sind die Lebensumstände gerade so, vielleicht ein bisschen arg, wo ihr sagt, wow, wow, wow. Das ist mir noch nie passiert. Oder, beziehungsweise, es wiederholt sich gerade das, was schon öfters sich wiederholt hat. Und ihr aber gerade echt an eure Grenzen gezwungen werdet. Und das ist aber sehr, sehr gut. Denn dadurch merkt ihr, okay, dadurch befreit ihr euch von irgendwelchen Glaubenssätzen, von irgendwelchen Energien, die euch quasi nur runterziehen. Und am Ende bereinigt ihr auch euren Körper von diesem Schmerzkörper, der sich eigentlich nur von dem Stress ernährt. Das heißt, jede stressige Situation ist am Ende ein Geschenk für einen selbst, zu sagen, okay, gibt es noch Triggerpunkte, die mich irgendwie triggern? Oder bin ich da wirklich entspannt geworden? Ich weiß, es zu identifizieren, wann vielleicht die alten Wunden angedrückt werden. Und sind die verheilt oder sind die noch aktiv? Ja, das heißt, diese Situation, in der ihr euch gerade befindet, die dient eigentlich, zwischen den Zeilen gelesen, zu eurer Reinigung. Das heißt, wenn ihr mal clever seid, wenn ihr euch nicht in die Opferrolle verfallt, wenn ihr euch wirklich als Magier sieht, als der Schöpfer, als der Creator von eurem Leben, dann seht ihr diese, dann könnt ihr diese Lebenssituation als Geschenk sehen. Und ich sage jetzt nicht unbedingt, dass man dann irgendwie zum Beispiel, man hat Geld verloren und man muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Geschäft aufs Neue aufbauen oder man hat Job verloren, was auch immer. Es geht am Ende um die Gefühle. Um die Gefühle in dieser Situation. Machen wir uns immer mehr fertig oder wie gehen wir da mit uns um? Und das meine ich mit der Reinigung, dass man seine Gefühle am Ende, weil am Ende, schau mal, es kann dir etwas passieren und du kannst dich aber sehr gut in den Händen halten, quasi, dich selbst umarmen, für dich selbst sorgen und da passiert dir was und du sagst, es passiert, ich habe mein Bestes gemacht, ich mache weiter. Und wenn du dich aber bis jetzt nicht geschafft hast, quasi da rauszuholen, weil du dann wie so ein Steinbock da hingestellt hast, gesagt, nee, das soll so sein, wie ich es gesagt habe. Und dann sagt dir das Leben, nee, ist aber gerade nicht. Nee. Und du sagst, ich will aber, und dann sagt das Leben, nee, geht nicht. Was machst du jetzt? Machst du dich jetzt viel kaputt? Und da gilt es wirklich, sich von diesen Glaubenssätzen zu befreien und zu schauen, okay, warum muss ich jetzt alles tun, damit es klappt? Bin ich denn, bin ich dann kein guter Sohn oder bin ich dann keine gute Tochter? Liebt mich dann meine Mama nicht mehr? Und ich weiß, selbst wenn du jetzt erwachsen bist und denkst, das sind vergangene Themen, ich bin ein erwachsener Mensch, wir wissen alle, am Ende des Tages, wenn man diese Themen nicht aufarbeitet, halten wir und tragen wir die noch sehr lange mit uns und die beschäftigen uns bis ins hohe Alter, wenn wir die nicht auflösen. Das heißt, diese Stresssituation dient eigentlich zwischen Zeilen gelesen für deine Reinigung. Was ist der Ausweg? Was ist die Lösung? Das Leben ist eine Spirale. Betrachte diese alte Lektion aus einer neuen Perspektive, lerne daraus und wachse daran. Das heißt, wenn du gerade merkst, wie ich schon gesagt habe, witzig, ich habe gerade diese Karte irgendwie gerochen, wenn du merkst, dass die Situation, die immer wieder wiederholt, diese Situation immer wieder mit dir passiert, dann möchte dich das Leben, das Universum, dich einfach drauf aufmerksam machen und sagen, hallo, wann lernen wir denn jetzt? So, und das gilt nicht, irgendwie Menschen sich selbst zu beschuldigen und sagen, schon wieder nicht geschafft, sondern gerade dann zu sagen, okay, wie will ich das denn beim nächsten Mal machen? In diesem Mal habe ich das nicht hingekriegt. Was wünsche ich mir für das nächste Mal? Wenn zum Beispiel die Mutter kommt und ihr streitet euch wieder und du sagst, das kann doch nicht sein. Nein, die akzeptiert meine Grenzen nicht. Wir streiten uns immer wieder über die gleichen Themen. Das heißt, wenn du dich beim nächsten Mal mit deiner Mama triffst und auch wenn du merkst, da geht echt kein Weg dran vorbei, die ist selber so stur und du bist vielleicht selber so stur, dass du sagst, okay, was wünschst du dir selber für dein Leben? Für dieses Treffen, für diese Zeit in deinem Leben, wenn du deiner Mutter begegnest, für diese 1, 2, 3, 4, 5 Stunden und diese Zeit kreierst du vorher. Diese Zeit kreierst du vorher wie ein Magier und du befreist dich dabei von diesen Opferhaltungen und du lernst. Irgendwann lernst du, dass du sagst, okay, die Dinge wiederholen sich, aber du wirst merken, wenn du irgendwann die Lektion gelernt hast, dann gehst du weiter. Und dann, wenn vielleicht die gleiche Situation wiederkommt, du dann gelernt hast, ganz liebevoll mit dir umzugehen. Weil am Ende, die Dinge passieren uns immer. Auch die gleichen Dinge. Nur das Ding ist, wenn wir nicht dran lernen, enden wir im gleichen Ausgang. Dass man vielleicht traurig ist, verlassen, ausgelaugt, was auch immer. Und das Leben möchte aber, dass du lernst. Und du hast selber hier rein inkarniert, um zu lernen. Daher alles easy peasy. Ja, schau mal. Am Ende, um quasi das, das ist die Karte, was du für die Lösung brauchst. Das ist die Lösung, quasi zu verstehen. Das Leben eine Lebensspirale ist. Und was brauchst du für die Lösung? Glücklich sein. Am Ende hast du ja den Schlüssel für dein Glück bereits in der Hand. Du machst es bereits. Vielleicht fängst du an, langsam unbewusst irgendwelche Techniken, Strategien zu entwickeln, um in diese bestimmten Stresssituationen quasi zurecht zu kommen. Ja. Am Ende, mit Freude, Humor, mit einem Lächeln auf den Lippen, kann man jede Hürde überspringen. Nicht beseitigen, aber versteht ihr, was ich meine? Ist keine Hürde zu groß. Und das klingt sehr einfach, aber so ist das Leben. Und das heißt, dein persönliches Glück, wenn du merkst, okay, die Dinge passieren dir wieder, eigentlich wollen die dich daran erinnern, dass du dir selber endlich mal wert wirst und sagst, okay, mein Glück, mein Glücklichsein soll mich immer daran erinnern, dass wenn mir diese Hürde wieder passiert, dass ich eigentlich an meinen persönlichen Wohl denke, an mein persönliches Glück, das soll dich quasi motivieren, das gesamte Bild zu sehen und zu verstehen, es geht hier eigentlich um dein Glück. Und Dinge passieren nicht mit dir, sondern die passieren für dich. Und auch diese stressige Situation, die passiert für dich, damit du endlich mal, mein lieber Steinbock, aufwachst und sagst, okay, ich habe jetzt die Zeichen des Lebens sehr, sehr extrem wahrgenommen. Ich gehe da mal rein. Und dafür kannst du ein Buch lesen, Coach suchen, Seminar buchen, bei mir einen Termin buchen, Karten legen lassen, meditieren, was auch immer. Reinigung. So, mein lieber Steinbock, so sieht es für dich auch aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.